ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei mir auf dem kanal heute schauen wir uns diese in ihr kopfhörer von der firma mifo an die nennen sich o5 gen 2 das ist also die 2022er version da gab es auch noch andere versionen oder gibt es immer noch andere versionen ist ein bisschen verwirren mit der ganzen modellbezeichnung bei mifo aber nichtsdestotrotz schauen wir uns die heute mal an ich habe bisher ja eigentlich gute erfahrungen mit der marke gemacht die war mir bis vor kurzem noch ziemlich unbekannt aber ich habe jetzt da schon zwei modelle eben ausprobiert und die waren eigentlich alle immer sehr gut besonders hat mir das case immer die verarbeitung gefallen das war immer bisher aus metall ich bin mal gespannt das sieht hier auch nach metall aus aber lassen wir uns überraschen ansonsten sind die verpackungen eigentlich überall bei den modellen ziemlich ähnlich hier sticht uns gleich der schriftzug hier oben ins auge 150 stunden long playtime das ist natürlich die spielzeit inklusive dem ladecase das ladecase ist bei den mifo geräten also immer ziemlich heftig ausgelegt zum ist es auch ein bisschen schwerer wie andere cases aber dafür hat man dann auch ewig lang eben die power mit dabei das ist halt ein vorteil ja genau ansonsten haben wir hier natürlich bluetooth 5.2 am start das verspricht natürlich einen geringeren stromverbrauch gute klangqualität und natürlich auch eine stabile verbindung das bringt alles bluetooth 5.2 mit haben pro ihr bad zwei kopfhörer drin und die sorgen für eine geräuschunterdrückung beim telefonieren dann eben ich bemerke nur beim telefonieren hier haben also kein active noise canceling oder dergleichen am start es geht hier nur um das telefonieren dass da eben die geräusche die umgebungsgeräusche hier raus gefiltert werden so dass euch euer gegenüber euer sprechpartner besser versteht dann ja das funktioniert immer ziemlich gut muss ich sagen von daher denke ich mal dass es bei denen genauso gut sein wird aber ich probiere es natürlich auch aus wir haben hier natürlich ein mono und ein dual mode ihr könnt also auch nur ein in ihr einsetzen und ihr könnt dann mit einem eben was anhören wir haben hier eine ip 67 wasser und staubresistenz also es ist nicht wasserdicht aber ihr könnt da eben locker damit sport betreiben schwitzen irgendwo draußen unterwegs sein also regen und so passiert da überhaupt nichts mit ihnen ja da ist ein qualcomm chipset mit dabei ist auch ein qualitätsmerkmal und zehn stunden habt ihr da dann wiedergabezeit pro ladung also wie gesagt ihr könnt da praktisch 15 mal die in ihrs aufladen bevor das ladecase dann wieder geladen werden muss ja ich würde sagen jetzt haben wir schon viel erzählt wir packen das jetzt mal aus steht hinten noch irgendwas drauf touch bedienung ist dabei ansonsten habe ich glaube so alles erwähnt was man da so ihr könnt auch das ist auch eine besonderheit ihr könnt euer smartphone mit dem ladecase aufladen das ist praktisch wie eine art power bank des ladecase weil es eben auch so eine große kapazität hat steht jetzt aber nicht dabei wie viele milliampere fällt mir gerade so auf aber es ist natürlich dann ein vorteil dass ihr praktisch immer eine power bank quasi mit dabei hat wenn ihr die in ihrs mit nehmen so ich habe ja hier schon meine schere dann machen wir die verpackung hier einfach mal auf schauen wir mal rein was da so erwartet bin ja gespannt ob da auch so ein gutes kabel mit dabei ist dass wir uns überraschen so also das schieben wir so raus dann haben wir hier so eine gif grüne schachtel sieht echt steilig aus finde ich so jetzt können wir das hier oben raus nehmen lässt sich das mal hier rausziehen was steht jetzt hier drauf also wie man das ganze per mifo 52 earpads with phone and other devices und dann hier auch die touchfunktion singe tipp ist linker rechter drauf ist lauter leise dabei gespräche annehmen auflegen ihr könnt natürlich auch telefonieren habe ich ja schon erwähnt oder beim linken gespräch annehmen auflegen und beim rechten pause und play immer double tipp und triple tipp ist skippen also zurück oder vor je nachdem ob ihr am linken drückt oder auf dem rechten drückt genau das gewöhnt man sich dann mit der zeit und dann hat man die ganzen bedienungen auswendig drauf so machen wir das jetzt hier mal auf und schauen erstmal was an zubehör mit dabei ist ja seht ihr ich habe es gewusst da ist wieder dieses coole flach kabel dabei gefällt mir sehr gut erstmal sieht es stylisch aus passt zum lieferumfang sonst und das grün gefällt mir halt auch und dass es flach ist finde ich auch sehr gut und es hat auch eine gewisse länge ich zeige es euch mal so seht ihr das ist nicht so ein ganz kurzes kabel wie meistens so bei so kopfhörern eben dabei ist wie man dann das wo man dann sowieso gleich wieder in die schublade legt sondern dass wenn das erstmal ein bisschen gestreckt ist dass das ganze nicht mehr so krumm aussieht ist es wirklich ein brauchbares kabel also das was ich auf jeden fall dann nutzen dann haben wir hier noch verschiedene silikon tipps in verschiedenen größen mit drin 2468 also vier verschiedene größen haben wir damit dabei packe ich jetzt nicht aus könnt ihr euch vorstellen nur verschiedene größen und dann das ist diese adapter hier den packe ich jetzt aber schon aus und zwar ist es der eben für das ladecase damit ihr euer handy dann aufladen könnt praktisch das gegenstück dann dann könnt ihr dann quasi ich das richtig das hier einstecken und dann damit euer handy dann aufladen ja also wirklich eine klasse sache habe ich jetzt so auch noch bei keinem gesehen gibt es vielleicht schon öfters aber ich habe es noch nie gesehen so hier haben wir die englische anleitung wie es ausschaut und das war es vom lieferumfang beim zubehör jetzt schauen wir uns hier noch natürlich das hauptteil an und wie schon vermutet das ist eigentlich glaubt dasselbe metall case oder ein ziemlich ähnliches metall case wie bei den anderen mivo in ears aber wie gesagt hat natürlich schon ein gewicht ich habe jetzt keine waage hier aber ihr habt da schon was sattes in der hand ist aber sehr gut verarbeitet muss ich sagen metall klappen wir das mal auf dann hat es diesen coolen mechanismus seht ihr zack bisschen wackelig hier oben muss ich sagen make it fully optimal und da haben wir hier links und hier rechts da blinkt auch schon was und dann immer die auch gleich mal raus würde ich sagen so da haben wir die mittleren tipps drauf da muss empfehle ich euch auf jeden fall alle durchzuprobieren weil es ist immer am wichtigsten dass die wirklich das ohr richtig abschließen und dann gut drin sitzen im ohr auch nur dann habt ihr den vollen musikgenuss und nur dann halten sie auch ganz gut so hier haben wir ein kleines r für links und kleines r für rechts die ladekontakte seht ihr hier oben innen ein gitter eben damit kein schmutz reinkommt und hier haben wir die touchfläche mit dem mifo schriftzug alles gut erkennen ja und die blinken natürlich schon wie verrückt jetzt schauen wir mal die gleich verbinden können mein smartphone hier gleich was findet so machen wir hier mal bluetooth auf einmal anmachen dann suchen mifo o5 hat er hier unten gleich gefunden zack koppeln und das war's schon dann müssten sie hier oben stehen genau hammer hier 84 prozent ich habe hier auch gleich ausgewählt hohe audio qualität aptx codec kontakte könnt ihr noch freigeben wenn ihr wollt ansonsten sind die super schnell verbunden gewesen das ist eben das bluetooth 5.2 das macht richtig spaß dann eben mit verbinden und jetzt hören wir einfach mal irgendwie meinen sound lass ich mal hier abspielen ich hoffe dass es auch gleich funktioniert und ich setze mir da mal einen rein so bisschen lauter machen kommt dann der wandung der leise machen also sitzen jetzt schon standardmäßig sehr gut muss ich sagen ich wackele mal ein bisschen kopf die halten auch sehr gut drinne und also vom gewicht auch ich seht ihr selber die bauform ist sehr klein und also stören überhaupt nicht wenn er die eingesetzt habe ich mach es mal wieder raus also die sind wirklich sehr klein muss ich sagen da steht auch nichts großartiges ab die habt ihr drin und es wird auf jeden fall auf den ersten blick gar niemand merken dass ihr irgendwelche in ihr im ohr habt das ist schon mal sehr gut kann man natürlich trotzdem verlieren sowas und dann nicht mehr so leicht finden aber da gibt es vielleicht sogar irgendwo eine möglichkeit wenn man ganz laut macht dass man sie dann wieder hört also ich würde sagen ich würde sagen ich würde jetzt mal die nächsten paar stunden ausprobieren in ruhe mir da meine gedanken dazu machen wie sich die so anhören und dann würde ich mich einfach nochmal bei euch melden und euch meine meinung dazu schildern bis gleich dann so da bin ich wieder zurück ich habe jetzt ausgiebig die mifo o5 gen 2 earbuds ausprobiert und ich bin wirklich wirklich begeistert also die haben es wirklich drauf die sind sehr handlich stören überhaupt nicht im ohr fallen auch nicht raus also ich bin hier durch die ganze wohnung gehüpft ich kann es euch sagen und da hat sich kein millimeter bewegt also die sind ideal für den sport die könnte ich jetzt auf jeden fall wunderbar morgen ins fitnessstudio mitnehmen und wäre damit richtig glücklich und vom sound her die waren sie auch richtig klasse ein bass der nicht zu übertrieben ist also man hört auf jeden fall den bass aber er ist nicht so übertrieben wie bei manchen in ihrs wo dann bloß noch bass zu hören ist sondern der ist schön ausgeglichen mit einem schönen gesamt bild muss ich sagen auch die mitten und höhen sind sehr klar und deutlich zu erkennen bei rock war das besonders deutlich aber auch bei popmusik oder allen möglichen sachen eigentlich auch bei podcast die angehört habe waren die stimmen sehr klar und deutlich zu hören und wirklich ein schönes soundgefühl muss ich sagen da ist jetzt keine app dabei wo irgendwas einstellen könnt sondern ihr müsst einfach mit der einstellung die der hersteller hier vorgegeben hat leben und ich finde die sind aber sehr gut getroffen ja von der akkulaufzeit kann ich jetzt natürlich nicht sagen mein ich habe jetzt keine zehn stunden das angehört aber ich muss sagen insgesamt hat mir der sound wirklich sehr gut gefallen und auch die touch bedienung das ist ja auch mal so ein kriterium was bei manchen in ihrs ein problem macht hat hier kein einziges mal hat es hier probleme gegeben einmal touch lauter leise je nachdem auf eurer seite zweimal touch nächstes lied beziehungsweise dreimal touch nächstes lied und zweimal touch ist stopp oder wieder play je nachdem genau hat man also sofort drauf gar kein problem nicht was ich jetzt auch noch kurz mit euch testen möchte ist diese powerbank funktion hier ich habe jetzt schon mal so angestöpselt mit diesem adapter und jetzt stecken wir jetzt mal ins handy ein ich habe es jetzt also noch nicht ausprobiert schauen wir einfach mal ja wird auf jeden fall geladen optimierte nachtladung was weiß ich das macht das handy aber oben ist auf jeden fall ladeanzeige also habt ihr hier auf jeden fall auch eine powerbank mit am start ist auch wirklich eine super idee habe ich so noch nie gesehen ich glaube bei den letzten mifo war auch so ein adapter drin aber da bin ich gar nicht auf die idee gekommen oder standen irgendwo gar nicht dabei für was es ist jetzt ist es mir klar dann haben die das dann auch gehabt ja also wie gesagt ist natürlich ein bisschen schwerer die ganze geschichte hier jetzt vom case macht einen sehr wertigen eindruck aber wenn ihr jetzt das in der Hosentasche die ganze zeit mit euch rumführt merkt ihr das auf jeden fall sagen wir mal so die sehr klein und handlich also da gibt es überhaupt nichts zu meckern es hat auch keine abbrüche gegeben oder sonstige störungen es war richtig gut auch beim telefonieren habe ich auch ausprobiert hat man mich sehr gut verstanden klar ihr habt hier natürlich keinen 1a super sound beim telefonieren beziehungsweise ton das hört sich immer ein bisschen dumpf an das ist aber nur bei den ganz ganz hochpreisigen hört sich das ein bisschen besser an aber ihr könnt mit denen telefonieren und da gibt es auch keine probleme damit umgebungsgeräusche wurden auch etwas rausgefüllt natürlich nicht alle aber da war ich auch sehr zufrieden also zum telefonieren jetzt nicht keine dauergespräche und nicht geschäftlich oder so mit denen telefonieren aber zur not ein zwei mal am tag oder so gar kein problem nicht auch das mono anhören also nur mit einem in mir habe ich auch ausprobiert war auch gar kein problem nicht also wirklich rundum zufrieden akkulaufzeit kann ich nicht sagen habe ich ja gesagt und von der verbindung her zack aus dem case raus und sofort verbunden gewesen alles wunderbar geklappt jo eigentlich ist es von mir eine kaufempfehlung ich packe euch den link unten auf jeden fall in die video beschreibung mit rein könnt ihr noch mal genau anschauen vergleicht sie auch mit den anderen mifo geräten gibt ja mehrere und vielleicht habt ihr dann einen anderen favoriten auf jeden fall wirklich eine coole marke da hat bisher jetzt alles gestimmt und der marke wird bestimmt wieder was neues rausbringen bin ich schon sehr gespannt drauf jo ansonsten freue ich mich dass ihr das video angeschaut hat lasst mir gerne einen daumen nach oben da abonniert meinen kanal und drückt die glocke dann verpasst da keine neuen videos bis zum nächsten mal dann ciao ciao